Und hallo, 134 Spenden, Frühling, Tag 3, Jahr 1. Jetzt zeig das Wasser, vorerst Totem ist eine Menge durchgetragen. Drei Fische. Nein, wir fangen unten an. Ehm. Ein Wittel reicht für das... ...Tamal Gießen. Ehm. Ehm. Ich bin fort mit dir. Ich bin fort. Ist sie schon gebrochen? Und dann gehen wir wieder spenden. Guten Tag, Opie. Pflanzen auf den Feldern brauchen Wasser, um zu wachsen. Und ich glaube, sie mögen die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit. 34 Beiträge. Das gibt schon richtig gute Beiträge. Endlich ist der Schnee geschmolzen und wir können es anerkunden. Hoffentlich finden wir die Erze und vielleicht auch ein paar gute Feuersteine. Oh, das ist ein Rituerli. Oh, da heisst meine Kocke. Ich weiss nicht warum. Normalerweise ist es... Es ist so schön endlich zu sehen, wie der Frühling aussieht. Ich hatte recht. Teddy hat mir die Geschichte noch einmal erzählt. Unsere Vorfahren abenden Vögel nach, um ihre Beute nahe heranzukommen. Mit dem richtigen Flötern rennen die Tiere nicht weg. Das hat mich an unseren Flötern erinnern, die wir für Rituale und Tänze verwenden. Manche von ihnen klingen auch wie Vögel. Ich habe E-Craft gebeten, diese spezielle Flöte zu bauen. Ich bin mir sicher, dass sie funktioniert. Juhu, wir haben die Flöte. Warum probierst du sie nicht aus und findest ein paar neue Freunde? Einstimmen. Nähere dich einem wilden Tier und versuche mit ihm zu interagieren. Einmal pro Tag stimmst du dich mit dem Tier ab, indem du das Minispiel spielst, bis alle Noten gefüllt sind. Sobald du voll eingestimmt bist, stehen dir mehrere Aktionen zur Verfügung. Mit zum Beispiel etwas reden, was deine Freundschaft mit ihnen verstärkt. Schliesslich kannst du wilde Tiere einladen, um auf den Feldern zu leben, während andere in deinem Haus leben können. Du kannst die Flöte auch in einem Radio spielen, indem du nicht auf ein bestimmtes Tier zielst. Sie reagieren ja, je nach ihrem Status wilde Tiere zeigen dir, wenn sie dich erkennen. Mit voll eingespielten Tieren und völlig voll eingespielten Tieren ertönen die Freundschaft. Ich weiß schon wie die Tomaten nachgewachsen sind. Ich höre mir gerne Tätis Geschichten an. Sie sind eine tolle Inspirationskönle. In letzter Zeit gab es viele Veränderungen. Ich bin mir nicht sicher, wie ich mich dabei fühlen soll. Kroll. Ein bisschen Holzstaub ist gut für dich. Es ist einfach gut, ok? Ein bisschen. Nein. Bauen. Benötige Umstände. Holz. Kleine Hütte. Dein kleiner Platz in der Welt. Warte mal. Ich habe schon ihre Zitrone im Gras. Ich habe schon ihre Zitrone im Gras. Ich habe schon ihre Zitrone im Gras. Wir gehen mal rüber in den Wald. Wir gehen mal rüber in den Wald. Wir gehen mal rüber in den Wald. Hier können wir mal die Zitrone einsammeln. Hier oben ist Petersilie. Kräuter. Wenn wir jetzt einfach die Art aufziehen, hier sieht man die Flöten. Ich schaue, ob es hier noch ein Viecher hat. Nein. Aber keine. Ich weiss nicht, für was sie später noch gut sind. Aber im Moment ist es gut für Spenden. Ach so. Nein. Einstimmend. So, Minispiel. Glück, Glück, Glück. Hallo. 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 Jetzt, wo wir sie eingestimmt haben, können wir auch schauen. Es ist ein Männchen. Hier unten. Umbenennen. Ich habe alles in. Ich habe alles in. Wir sehen es jetzt immer. Es ist auch ein Männchen. Es wäre ein Männchen. Aber wir gehen jetzt mal in die Wiener. Ey. Ich muss nicht mehr in die Savanne frei machen. Es gibt nichts Schöneres, als mein Speer in der Hand. Mit dem Speer in der Hand da draußen zu sein. Ich bin ein Granatapfelbaum, aber ist noch nie tief. Ich bin schon wieder voll. Ich muss eine Hakenpuppe wieder mitnehmen. Ist es noch nicht reif? Nein, alles so gut, was Quinoa entdeckt. Jaaa... Jaaa... Wir gehen nochmal... Wir gehen nochmal rauf! Ein Berntot, ich liebe diesen Angeln, aber ich bin mir nicht sicher. Ah, jetzt sieht man hier. Violette Blumen, den könnte man daten. Ob ich bereit bin, dass der Plan sich auf mich verlassen kann? Kannst du mir helfen, indem du drei Fische fängst und beisteuernst? Das würde mir helfen. Drei Fische fangen und beitragen. Ähm... 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 Peter, sind wir ja X. Ich muss ja noch beitragen. Ähm, ähm, ähm... Nein... Also... Fangen wir drei Fische... Also, was wir brauchen, ist ein Loch, das tief genug ist, damit das Wasser einbringen kann. Und ein paar Felsen, um es einzudämmen. Ich nenne es Brunnen. Ich habe dir eine aus Material... ...gemacht, die du mir mitgebracht hast. Einen Brunnen! Naja, ist Idee also. Wodat die Idee ausgearbeitet? Ich glaube nicht, dass die Geister einen Geruch haben. Sonst hätte ich sie schon längst gerufen. Wir haben es geschafft, im Winter ein Dorf zu bauen. Aber es gibt noch eine Menge zu tun. Wenn wir hier erfolgreich sein wollen, müssen alle mit anpacken. Wir haben einen Brunnen. Mit dem Rechtsklick musst du draufklicken. Dann kannst du ihn wieder entfernen. Dann kannst du ihn wieder entfernen. Also, wir nehmen ihn anders. So, dann ist das. Also, gehen wir an. Drei Fische für Frere. Neue Fische mit vier Belken. Gereck. Alligato fish. Leifisch, entdeckt. Das wird schon abend. Es ist ja noch gar nicht abend. Dieses Land sorgt dafür, dass ich meine Medizinkassen gut bestücken kann. Zeig mir, wie wahrscheinlich du etwas brauchst. Rechtsklick und dann kann man hier. Ich sammle immer noch Gräupe. Gib mir ein paar Tage Zeit. Okay. So. Äh, äh. Ja, sparen wir auch. Und, let's go. Darin habe ich schon gesprochen. Preis zu versessen und darauf Jäger zuwenden. Ich wünschte, ihr würdet etwas anderes ausprobieren. Jägerisch. Gut. Gibt Fleisch. Mh. Mh. Das ist nicht euer Fisch. Ja, da habe ich es ein Baum. Das ist er, was wir hier verletzen? Stimmt's? Na, was ich hier verletzen? Ach, das ist es richtig. Das ist es, was ich hier verletzen. Das ist, was ich hier verletzen? Ja, das ist jetzt neu. Da hinten gibt's Ant-Petersilie. Ich habe eine Butter, weil ich schon wieder nichts mehr mitnehme. Bei einem kaputten Finger stört mich. Ich habe mir das Fingerbeere abgeschnitten. Ich habe das Fingerbeerein. Ich habe das Fingerbeerein. Wie komme ich da weiter? Unsere Macht ist immer noch unerreichbar. Inventar ist voll. Ich habe das Fingerbeerein. 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 Es scheint etwas Besonderes an diesem Land zu sein. Es reicht noch nicht. Niemand will mit mir tanzen. Ich habe eine Weile gebraucht, um Ockas Wölfe mit unseren Völkern vertraut zu machen. Ich habe das Fingerbeerein. Ich glaube, dass die... Ja, Geruch hatten wir schon. DimmICT. DimmICT. Die sind die Wesen. Ich habe das Kaffeln bet Kit. Habe ich noch einen Platz? Nein, habe ich nicht. Oh schön, wir müssen nicht mehr craften. Okay. Okay. Soh. 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 Soh.